Weiter geht's hier mit Resident Evil 4 im elften Part. Der letzte Part war wirklich cool. Ein Boss geplättet und eine ganze Horde aufgehalten. Und wo sind wir jetzt? Händler, auf dich habe ich gewartet. So, jetzt kann man aber wirklich lange keinen Händler mehr. Im ganzen Part kam keine, im letzten. Also zuerst mal, erste Hilfsdespray, das dürfte selbstverständlich sein. Verkaufen war zuerst mal was. Ähm, ja, Seidenkristall. Ja, sicher. Spindel. Den behalten wir fürs Erste, vielleicht kann man den noch kombinieren. Wie wär's mal mit ner neuen Waffe, Schrotgewehr. Schauen wir zuerst mal was wir... Ähm, ja klar. Gewehr. Natürlich. Ladegeschwindigkeit, das ist noch katastrophal bei der... Feuerkraft. Das ist bei der TMP. Oder als Feuerkraft. Auch wichtiger. Ja, klar. Was gibt's hier noch? Lol. Ja klar, in der Schatztruhe ist ne Granate. Das würde ich auch in ner Schatztruhe aufbewahren. Keine Angst, Tendler, du stirbst noch. Alter. Du bist okay? Ich bin okay, bleib mich allein. Ashley, warte. Toll. Ja. Toll gemacht, Ashley. 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 Na, super. Super. Ashley, du Bitch. Mein Gott, wär sie doch bei mir geblieben. Bitch, bitch, bitch. Man, Ashley. Ashley. Telefon. Honeygan, was ist los? Honeygan, was ist los? The transmission got cut off. Alter! Salazar. How's it? We've jacked the line. Der hat telefoniert uns an. We're telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah. So she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Scheiße. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Toll. Ashley is on the other side. I have to find a way there. Okay. I have to find a way there. Nee. To price. Für Kopfschüsse gibt es Bonuspunkte. Nach mehreren aufeinanderfolgenden Treffen erscheint manchmal eine Salazar Zielscheibe, die viele Punkte bringt. Wird Ashley getroffen, gibt es Punkteabzug. Also wir werden jetzt alle Kronkorken sammeln hier. Willkommen. Willkommen. Für dieses Spiel musst du die Waffe nehmen, die ich ausgewählt habe. Nee, wir nehmen das. So. So. Also Ashley darf mir nicht treffen. Am besten immer Kopfschuss. Das war doch nicht schlecht, oder? alle Treffer. Alle Treffer. Anzahl der Preise 5. Die können wir uns jetzt in der Sammlung anschauen. Äh. Wo war das? Äh. Wo war das? Ich weiß jetzt noch gar nicht. Aber wir spielen das jetzt ganz jetzt nochmal. Wir wollen schließlich alle. Jetzt kommt schon die erste Ashley. auf jeden Fall ein sehr cooles Minispiel, finde ich. wieder alle getroffen. Jetzt bekommen wir sechs Preise. Ist da eigentlich unendlich Muni drauf? Ja klar. Ja klar, der Händler hat super Waffen. Weiter geht's. Ist das nicht die gleiche Stufe, die wir eben schon hatten? Naja. Naja. Fuck. Ich hab Ashley getroffen. Fuck. 6. Ähm. Warte mal. Kann man die Preise auch abholen? Danke. Ähm. Wo kann man denn das anschauen? Ähm. Hier. Das sind eben solche Figuren. Wie in Super Smash Bros. Ähm. Aber die können auch einen Ton von sich geben. Aber die sehen wir uns an, wenn wir alle haben. Und das wird hoffentlich noch in dem Part so sein. Äh. Ich nehm wieder TMP. Ich find die am besten. Nice. Keine Ashley treffen. Nice. Das war nice. Null? Warum denn das, du geldgieriger Händler, du? Waffe wechseln. Vielleicht muss man was anderes nehmen. Nee. Ganz sicher nicht. Vielleicht kann man das erst später machen. Naja. Okay. Dann war's das. Gehen wir später nochmal hin. Wir haben ja wieder Geld von dem Gegend bekommen. Äh. Wir tunen noch mal was mit dem Geld. Ladegeschwindigkeit. So, wir speichern das gleich ab. So, jetzt werden wir noch schnell die Kanalisation machen. Die geht nicht allzu lang und ich denke, die schaffen wir locker in dem Part. Keine Sorge zu dem Schießstand, kommen wir später noch mal zu. Und da werden erst nach und nach immer neue Kronkorken freigeschalten. Oh, das ging schnell. Das ist gut. Das ging auch schnell. So, jetzt sind da so unsichtbare Viecher. Richtig creepy. Alter. Das nimmt mal gerne mit. Aber das Schloss insgesamt finde ich recht cool. Ich mag ja Schlösser. Wir heilen uns, wir heilen uns. Bevor noch irgendein Scheiß passiert. Kombinieren mit dem gelben Ding da. Okay, wenigstens sind wir die Näffensäge Ashley los. Hier ist was, hier ist was. Das ist unsichtbar. Das kann uns instant killen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Blaues Auge. Die Augen von denen sind anscheinend wertvoll. Hier ist noch was. Ah! Boah! Erschreck mich nicht so, du Zipfelklatscher, du. Alter, wie viele sind hier? Also, wie schon gesagt, die können uns instant killen. Wir sind sehr gefährlich, wirklich. Nur die Frage ist, wo sind sie? Up und up und up und up und. Oh! Alter! Wo bist du? Stirb, du dreckiges Vieh. Alter! Ja, gebt alles an Munition her, was ihr da habt. Brauchen wir alles. Alter, schüttel, 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 schüttel! Der ätzt uns die Haut von den Knochen. Wenn wir hier nicht aufpassen. Boah, heilen, 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 heilen. Das letzte Spray war das. Keine Sorge, du Arsch. Du stirbst. Geht das auf, hier? Irgendwie. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Ich hab doch was gehört. Prüfen, das Wasser muss doch abgelassen werden können. Boah, die Musik. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Ja, der soll uns aber nicht auch wieder fahren. Wat? Der Tür ist verrost und rührt sich nicht. Die Tür muss doch aufgehen. Genau. Was ist das? Luis Notiz. Haben Fähigkeiten, ihren Wirt zu beherrschen. Und der Belohnung, bla bla. Durch die Untersuchung dieser Verhältnisse erhalten wir vielleicht einen Hinweis. Diese Journalistik passiert. Ja, ihr könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr das unbedingt durchlesen wollt. Ich hab grad andere Sorgen. Es kommt, es... Nice, nice. Boah. Boah, und die Musik ist weg. Aber ich denke... Sicher ist man... Hier nie. Immer ein bisschen zählen. Ist doch, wo sind wir jetzt hier? Wieder noch mehr Schätze. Lampe. Ventil zu Ende ist so. Ah gut, jetzt können wir hier lang. Passt schon. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass da jetzt nicht neue Ding ist. Hier. Er ist down. Aha! Alter. Scheißvieh. Grünes Auge. Nice, 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 nice. Komm nur her, komm nur her. Boah, knapp, knapp. Aua ab. Alter. Verpisst euch. Kombinieren. Kombinieren. Nice, 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 nice. Okay, wir haben alles verbraucht. Äh, zumindest was das Gewehr angeht. Boote saugen. Jetzt müssen wir zu TMP wechseln. Hier ist nix. Kommt da was? Kommt da was? Okay, das war sinnlos. Sinnlos. Ah da. Wusstest du? Nice. Tot. Grünes Auge. Ziemlich gruselig, oder? Und hier hören wir schon wieder was. Natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich sollten wir jetzt hier nicht reinrennen, wenn die Pendel gerade durch... äh, Schlitzen und sonst sind wir sofort tot, natürlich kann man sich auch denken, oder? rauf, 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 rauf boah, wir haben die Kanalisation geschafft ziemlich nice wir haben wieder einige Schätze wir sind wieder im Raum von vorhin und jetzt, was ist das? alter habe ich irgendwas klar tolles Ritual, echt aber ich bin ungern der Party-Crasher aber naja tut mir ja auch leid okay Händler, hallo wie geht es dir? wir haben tolle Schätze für dich so, das war auch gut was ist hier drin? ne Maske mit Kerben oh die Musik gut äh was, dann machen wir jetzt jetzt gehen wir da runter hätten wir da noch nicht nicht schon vorhin rauf können oh, nice, 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 nice alles her gibt alles her boah, da wird sich der Händler aber freuen hab ich den Schlüssel aufgesammelt alter die haben da ein Ritual gemacht ich hoffe das war nicht Ashley aber ne, das glaube ich nicht die ist ja da hinten ähm ja, haben wir hier was neues freigeschaltet willkommen ach, halt durch die Schnauze ähm ja, der Händler da oben stirbt im nächsten Part das war auch wieder ein abwechslungsreicher Part hier in der Kanalisation ja, stimmt äh ja, und im nächsten Part machen wir weiter und gehen hier durch dann stirbt auch der hier oder soll er schon in diesem Part sterben ne, ne, das machen wir im nächsten Part und dann werden wir hoffentlich Ashley finden ja, ich hoffe es hat euch gefallen dieser Part und wenn ja dann könnt ihr ja im nächsten Part wieder einschalten würde mich freuen und danke fürs Einschalten Tschüss